Ich schaff diesen Sprung durch die, oh jetzt hab ich ihn geschafft. Almost done, go down to the final level. Leck mich! Hä? Ist ein Block über einem? Platz 8. Achso, man muss dann hier aus da hinspringen. Cool. Oh geil, voll trollig. Moment. Cutten, nein! Was war das denn? Du fällst eh noch mal hier runter, deswegen. Na, ich geh schon mal die Kiste leer machen, ne? Nein! Ist ja bestimmt möglich. Oho, Eisenschwert, Kuchen, Diamantstiefel. Schön. Und 5 Erfahrungswischen. Ja, ich hab aber schon eins, wenn wir da... Der ist definitiv machbar. Was? Dann mach ich das lieber, als immer von unten anzufangen. Was ist machbar? Ich sag, das ist bestimmt machbar. Insgesamt die Challenge, oder wie? Nein! Hier. Zu cutten, oder was? Ja. Glaube ich nicht. Du fällst eh noch mal hier runter. Ich fall da nicht mehr runter. Weil... Wenn du schaffst es von da... Da, um der Eck. Da kann man da nämlich dran springen. Ja, ganz bestimmt nicht. Doch, kann man. Ich bin fast sicher, dass man das kann. Wetten, du schaffst es irgendwie von hier aus runter zu fallen. Wetten. So. Da bin ich unten. Ja, wie mit Gary, ne? Auf einmal. Plopp. Das ist bestimmt machbar. Das ist bestimmt machbar. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin davon überzeugt. Ich glaube, ich spiel gleich wieder im Fenstermodus. Dann hab ich mehr Frames. Dann schaff ich das besser. Du hast ja sowieso immer 100.000 Frames, obwohl du aufnimmst. Ich hab kurz 60 durchgehend. Ich hab aber auch keinen Optifan installiert. Von daher... Ich hab kurz 30 durchgehend. WTF? Was zum Fick. Vielleicht muss ich mal Java aktualisieren oder so ne Kacke. Hab gehört. Ich bin Java. Hab gehört, du willst nichts weg. Ja, ich kann das jetzt auch lieber ohne. Du kannst das jetzt auch unten mal ganz gut aufsammeln. Romanus, ich mach jetzt hier unten voll. David. Ja gut, okay. Ich hab 15 Frames. Ich find das sehr lustig. Spacken. Du hast angefangen. Du hast mich auch getrollt. Ja, aber nicht so hart. Bestimmt schaffbar, dieser Sprung. Ganz bestimmt schaffbar. Ich weiß es. Anstatt dass er einfach versucht, die Challenge zu machen, meint der, da... Ja, ich hab auch keinen Bock wieder da runter zu fallen. Weißt du, was ich rausgefunden hab? Wusstest du das? Wusstest du, dass man XP weg sprengen kann? Ja. Das ist voll toll. Ja, XP-Kügelchen können auch Druckplatten aktivieren. Weil du das unten nicht wusstest. Damit kann man nämlich so automatische Druckplatten bauen. Ja, deine Mutter braucht auch immer Automat. Wenn man dann hinter der Wand verstecken, dann nähern die XP sich ein und drücken dann auf eine Druckplatte hinter der Wand. Das ist voll cool. Also ich glaub, die Map kann man sehr schön anzünden. Ja. Probier mal aus. Fuck, ey. Ich will aber nicht den anderen Sprung machen, würde er erst mit so hart. Äh, hallo? Was jetzt sagst du? Ne. Nein, sag mir nicht. Nein, komm. Komm, hallo. Hallo. Minecraft. Aufnahme aus. So, jetzt wieder alles gut. Warte. Ich hab noch eine andere Karten. Warte. So, jetzt kannst du wieder reden. Jetzt ist wieder... Nein! Fuck, jetzt hab ich's gerade aufgesammelt. Fast alles. Ah, du bist so ein... Ach, ey. Jetzt seh ich nix. Wer ist ein kleiner Nubi 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 Nubi? Wer ist ein kleiner Nubi Nubi Nubi? Ah, ich weiß nicht, wer heute schon schlechter war. Äh, naja, man kann sich jetzt drüber streiten. Ich mein... Ich nicht, ich bin besser als du. So, naja, also... So sicher wär ich mir der... Wo ist eigentlich deine Lederhose? Hast du nicht vorhin eine Lederhose? Ich hab die nicht angezogen. Warum nicht? Zieh die an. Warum? Die sieht kacke aus. Ja, und du siehst auch kacke aus. Passt doch. Ich werfe jetzt XP-Flashing nach draußen. Ja. Was? Werdeschön. Ich will deine scheiß Lederhose nicht, du Bastard. Hab die gar nicht. Wie das aussah. So hässlich. So hässlich, ey. Ich schaff den Sprung nicht mal da durch. Der ist ja auch schwer. Der ist ja auch voll kacke. Ja, äh... Die Challenge wird ja auch ab hier schwer. Also das... Die ganze Map wird ja ab hier hardcore mega schwer. Was hat die eigentlich für nen Buchstabe gerade? Äh, warte. Ich kann nachgucken. Äh, hab ich... So, warte. Oh, ich guck mal nach. So, äh... Wo geh ich raus? Hier kann ich raus. Du bist gerade im... F. Vorletzten. Oh. Oh. Mal geil. Dann haben wir die Map ja bald geschafft. Ja, ja. Nicht. Ja, wenn du hier noch 10 Stunden rumgurgst. Ja, das ist mir gerade egal. Ich muss ja irgendwie in die Länge ziehen, weil... Weißt du ja. Kennst du ja. Weißt du ja. Dann darf ich mir aber irgendwie die Zeit vertreiben. Aber nicht mit... Bomben. Haha. Aber das mag der Server nicht so gern. Schwarzpulver. Das mag der Server nicht so gern. Kann der dann dadurch irgendwie... Wenn der abstürzt, ne? Obwohl der stürzt nicht ab, aber der leckt dann hardcore mäßig. Oh, der leckt dann hardcore... Der leckt dann hardcore mäßig. Ja. Oh, ja. Darf ich den Block, den du benutzt hast, auch benutzen? Nein, den kannst du ja. Der bringt dir nix. Doch. Ja, zeig mir wo. Obwohl, weiß ich gar nicht. Ist egal. Ich hab den extra so dahin gemacht, dass der dir nix bringt. Toll. Ach so. Hast du ja ganz toll gemacht. Soll doch mal eine Redstone-Clock. Ja, genau. Wie bei euch meinst du denn? Ja. Wie ging das nochmal? Sag ich dir nicht. Ganz sicher. Warum nicht? Weil ich nicht will, dass du mich trollst. Ne, das soll ja nur, weil ich das lustig finde. Ach, ich hab einfach ne bessere Idee. So. Option, äh, Steuerung. Oder halt war der Sprung, der so hardcore mäßig schwer war. Das war der auf dem Block, ne? Äh, ja. So, Steuerung. Und von dem Block muss man dann... So geht's auch. Ja, von dem Block muss man dann was? Arsch! Fick dich! Warte mal gerade. So, jetzt ist meine Stimme wieder normal. Ne, das bringt mir nichts da zu cutten. Dann muss ich versuchen, woanders zu cutten. Wieso versuchst du überhaupt zu cutten? Mach doch einfach... Weil ich nicht will, dass ich da runterfalle. Ja, wenn man schlecht ist, fällt man. Oh. Buh! Scheiße! Alter! Wenn du was kannst, dann nicht viel. Nein! Hör auf! Oder soll ich doch mal versuchen, die ganz normale Challenge zu machen? Nein! Alter! Mach doch einfach... Ja. Äh... So. Schon lang. Ich bin... Oh, hier war ein Block. Oh! Ich bin de Brain. Ja. De Pinky, de Pinky und de Brain 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 Brain. Boah, geil! Mann, Hardcore, ey! Scheiße, wie geil man! Kannst du mal gucken, ne? Ja, ich guck gleich mal. Kannst du das bitte schaffen? Ja, ich probier jetzt mal den normalen Weg. Wie hast du den Sprung gemacht? Sprinten und ganz spät abspringen. Oh! Ja! Komm schon! Jetzt ist eigentlich fast... Boah, ich hab gedacht, du fällst jetzt gut. Wo jetzt? In das Wasser rein und dann hier auf den Zaun fäll. Nicht da lieber auf den Block. Ich würd's nicht... Also, ich hab's dahin gemacht. Ich würd's nicht ausreizen, dein Glück. Du hast... Halt! Halt! Nein! Schauf! Nein! Obwohl, ne? Ich bin ja hier. Hier geht's ja noch klar. Ey, Jonas. Wenn du jetzt aufgegeben hast, dann wärst du der Noob der Woche gemacht. Oh ja. Hahaha! Schaufel an, Kopf! Sowas werden wir nicht einführen. Wieso? Ist doch voll geil. Weil ich sowas voll behindert finde. Ich find das... Wieso? Ich find das lustig. Ich find das nicht... Ich find das überhaupt nicht witzig. Immerhin haben die so ein Gesprächsthema. Ich bin mir fast sicher, dass das da auf den Block einfacher ist. Glaube ich nicht. Ich glaub, das geht. Aber ich glaub nicht, das einfach... Viel einfacher! Ja, weil du halt so oft versucht hast. So, jetzt kommen wir in den... Jetzt sind wir im Königsraum. In dem einfachsten Raum, oder was? Wo geht's jetzt hin? Ich glaub hier um die Leiter rum. Achso, da ist eine Leiter. Wie soll man das denn machen? Achso, einfach springen. Gut. Ja genau, springen muss man. Springen. Sag bloß! Ich bespring die Leiter. Ja. Besteigen. Hahaha. Nein, Fu-Kind! Fu-Kind. Ich hab den nicht. Ich hab den grad geschafft, aber den... Ja, weil du ja auch ein verkackter Lacker bist. Mach mal. Lol. Ach, fuck. Achso, du machst den so. Nee, ich mach den so. Okay, dann nicht. Komm, wir springen rückwärts. Lol. Ach, fick dich, du Hurensohn. Äh, nicht du, Jonas. Äh, du auch, aber nicht du besonders. Schaff den nicht. Ich weiß nicht, wie man den macht. Der ist gar nicht einfach. Ich weiß nicht, wie man den macht. Äh. Wie machst du den? Ich geh einfach ganz weit außen an die Leiter und springen. Ja, genau. Alter, wie behindert. War's ein scheiß Ecksprung. Oh. Boah, ne. Da ist ja mal richtig Hardcore. Oh, fuck. Lol. Der danach ist auch fast. Ja, da bin ich auch. Moment, kann man nicht. Hehehe. Oh mein Gott. Ist das nicht einfacher? Das ist unfassbar. Was denn? Das ist unglaublich. Das stand nirgendwo drin, dass man nicht cutten darf. Weißt du? Anstatt einfach die Challenge zu machen, man hat der direkt erstmal cutten. Ne, ich glaub, das geht nicht. Oder zumindest wäre das genauso schwer. Und wenn wir Arctic Combat Messern spielen, dann immer, boah, der ist so ein Lackermode. Ja. Der ist ein Cheater. Messermode ist absolut der Lackermode. Der sagt immer, ich bin ein Cheater. Da brauchst du Lack, um zu gewinnen. Aber der sagt immer, ich bin ein Cheater, ne? Von wegen Cheater. Weißt du? Weil der ist nämlich der Cheater. Der wird immer schummeln. Weißt du, der kleine Schummler Jonas? Schumm... Genau, Jonas. Mach doch einen neuen Youtube-Kanal auf. Schummlerrrr. Du kannst mich machen. Was habe ich getan? Kreuzweise. Was habe ich gemacht? Schummlerrrr. Irgendwie schaffe ich den Sprung so nicht mehr. Besser du cuttest. Ja, cutten ist besser. Total viel Erfolg. Ich habe einen hellgrauen Wollblock, aber ne, ich glaube, der kam nicht aus der Kiste. Ja, und den darfst du auch nicht benutzen. Der Block, der aus der Kiste kam. Demnächst in ihren Kinos. Der Block, der aus der Kiste kam. Mami, Mami, hol mich aus der Kiste. Demnächst in ihren Kinos. Aber nicht in deinem. In ihren Kinos. Was habe ich gemacht? Du hast gesagt, in ihrem Kino. Demnächst in ihrem Kino. Ja. Ja. Jeder hat ein Kino daheim, oder was? Nein, aber das gibt es auch. Halt das Kino in deinem Ort, natürlich. Nein, das wird aber nie gesagt. Doch. Oh, ich stehe ja hier drauf. Du guckst nie Fernsehen, woher willst du... Rekordkneist. Was? Rekordkneist, dass ich... LOL. What the shit. Ja, nämlich, ne? Moment. Nein, was machst du denn? Erstmal cutten, ne? Der doch nicht. Da muss man aber hochklappen. Nein, da muss man gar nicht hin. Wo denn dann? Da! So einen Ecksprung machen. Ja, meint nicht doch. Dann will ich aber trotzdem hochklappen. LOL. Das ist voll schwer. Da muss man ja auch nicht hin. Man muss auf den... Man muss einen Ecksprung machen. Ach, dahin! Boah! Ey, ich hätte jetzt aber eher doch an die Leiter gedacht, da. Ich denke mal auch, dass das einfacher ist, weil der scheiße schwierig ist, aber... Ich glaube, der ist gar nicht möglich, denn du meintest. Deine Mutter. Der ist echt... Glaub ich nicht möglich. Deine Mutter! Nee, die hat damit auch nichts zu tun. Das ist eigentlich deine Inkompetenz. Ich hab Hunger. Ist mir doch egal. Ich mach mir gleich ne Pizza. Ich hab eigentlich auch Hunger, weil ich glaube, ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer... Was hab ich denn heute gegessen? Scheiße. What the shit, ich hab überhaupt nichts gegessen. Doch, ich hab einen Donut von meiner Schwester bekommen. Du hast scheiße gegessen. Ja, Donut war das einzige, was ich heute gegessen hab. Boah, ich mach mir gleich ne Pizza. Ah doch, und so ein... Und dann noch ein Steak. Und dann noch ne Pizza. Und Hütchen, roast beef, ne Pizza. Hier muss man hin. Da. Du Lumpen, da muss man hin. Was? Warte, wo bist du her? Ja. Hier, auf den. Ja. Das hab ich doch gesagt! Ich dachte, du meintest, da so außen rum. Nein! Boah, du Lumpen! Du bist ein Lumpen! Du bist ein Lumpen! Weißt du, erst sag ich, der Ecksprung da. Und dann du. Ja, ich will trotzdem die Falltür hochklettern. Ja? Ey Gott, du bist... Die will ich nicht hochklettern und aufmachen, hab ich gesagt. Ja, du hast gesagt, du willst dir trotzdem aufklettern. Da hab ich erst mal gedacht, what the fuck, von was redet der? Dann erklär ich dir, ich meinte den Sprung. Und du so, aha! Und... Nee! Du Kekse... Du Kekse fressen! Viele Möglichkeiten! Hier gibt's nicht! Du bist doof! Du bist so dumm manchmal! Das tut weh! Du bist dumm! Und außerdem, da ist ein Glock überein. Was denn? Nur weil ich ein bisschen kreativ bin und anders machen möchte. Gar nix! Du bist ein Haufen Kack...